Was ist los? Wie soll es weitergehen? Was geht euch das schon an? Warum denkt ihr an die Zukunft? Der Versuch, der lohnt sich nicht. Denkt erst morgen an das Morgen. Schaut dem Euter ins Gesicht. Fakten könnte ich euch bringen. Euch erklären und verzeihen. Sogar meinen Weg euch zeigen. Wie soll es weitergehen? Was ist los? Wie soll es weitergehen? Was ist los? Was geht euch das schon an? Warum kämpfen wir besessen? Gegen das, was kommen wird. Denn was kommt, begreift auch ihr nicht. Und wenn es mich schon so weit wird. Oh, ja. Das tut gut, während ihr wie Gänse schnattelt. Wo und weh und wann und wie hat für ein Mensch mir geholfen. Hm, dieser eine Mensch ist hier. Was ist los? Wie soll es weitergehen? 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 Was ist los? Es tut mir leid, doch für mich bleibt ein Rätsel, dass ein Mann wie du die Zeit vertut mit einer Frau wie der. Ich kann ja gut verstehen, dass sie dich ablenkt. Doch wie sie dich streichelt, das Haar dir küsst, das passt zu dir nicht sehr. Ich will nichts sagen gegen ihr Gewerbe. Doch deine Botschaft und dein Wort hat nichts mit ihr zu tun. Es ist uns gar nichts, wenn du nicht mehr mit spielst. Die warten nur auf den Moment, dann legen sie uns um. Wer bist du wer, der sie hier mies macht? Wer bist du wer, der sie hier auslacht? Lass ihn ruh, sie soll hier sein, lass ihn ruh. Und bei mir sein ist deine Westerei, dann wir weinen stein. Wenn sie's nicht ist, dann misch dich nicht ein. Schade, dass ich nur nach euch so hohl, so dumm und träge seh. Unter euch gibt es nicht einen, der weiß, warum ich komm oder geh. Warum sagst du das? Nicht einer! Nicht einer von euch!